Favorit sicherlich hier auf der Linkenbar mit den schwarzen Corder Indoorol. Ich konnte bis jetzt Anläufe für sich entscheiden. Der jetzt hier nicht wehren muss gegen Sache 1, bleibt erstmal auf Position 2. Aber auch nicht zu verachten, das Fahrzeug mit der Nummer 778. Aber das steckt ja wirklich im Mittelfeld fest. Versucht jetzt hier an Danni in den vorbeizugehen. Der Geräusch kann sich hier immer weiter absetzen. Scharfen wird und Heinz auf 2 und 3. Dann voll bereit worden auf den Danni. Das Daul kommt aus dem Getriebelradverfahren. So, richtig zur Sache. Danni hitteln wir ganz langsam. Danni hitteln wir im Karussellausgang. Stellt das Auto ab. Das wird gespielt werden. Die letzte Runde! Was macht die 90 km da vorne? Kommt auf Platz 4. Gegen Sascha 1. Jetzt versuchte ich das hier innen nochmal, ja, ich zieh ganz fair zurück, da hätte er auch gut sind schon, ja, danni Rittling wieder unterwegs, aber ich denke mal, der wird rausfahren, hier kommt erstmal der Sieber, mit Truppe A, das ist ein Geräusch, dann Steffanschaft, der Sascha-Heinz, Mark Klebs, Sträuber-Reifahrt und dann auch der 6. Wir können Sieber!